So bekommst du 15 Punkte im Deutschabitur 2018 und das auch, wenn du bisher gar keine guten Noten hattest. Willkommen zurück Abiturathleten, mein Name ist Leo Eckl und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturberufungen zu deinem Traumnoten-Schnitt kommst. Ich habe ja bereits schon mal ein Video gemacht, wie du 15 Punkte im Deutschabitur bekommst, allerdings gibt es das Video leider nicht mehr. Es geht darum, jetzt hier sozusagen nochmal eine Remastered Version des Ganzen zu machen, speziell für alle Leute aus NRW und aus Niedersachsen, die in zwei Tagen ihr Deutsch-Abi haben und natürlich auch für alle anderen, die es später haben werden. Deswegen werde ich euch gleich erklären, wie schafft man es im Deutschabitur 15 Punkte zu schaffen. Ich weiß, das ist eine Ansage, ich habe es letztes Jahr in Bayern selber geschafft und ich habe da einige kleine Hacks angewendet, die bisher, glaube ich, einfach viel nicht so bewusst sind und die einfach auch nicht viel mit dem Deutsch selber zu tun haben, sondern mehr mit Psychologie und wie man sie anwenden kann, denn dann ist es auch nicht so eine große Sache, welche Noten du bisher hattest. Ich beispielsweise hatte in der 11. und 12. in den vier Klausuren, glaube ich, als Bestes einmal 10 Punkte und sonst 6 und 7, also relativ normal so. Und jetzt habe ich dann im Abi 15 geschafft. Und wie ich das geschafft habe, erkläre ich euch heute. Der aller, aller wichtigste Punkt ist mal, dass du dran glaubst, dass du in Deutsch überhaupt 15 Punkte schaffen kannst oder dich allgemein verbessern kannst. Weil es gibt so krass diesen Glaubenssatz in diesem Fach, dass man nicht dafür lernen könnte. Und das ist einfach Bullshit. Das ist einfach Bullshit. Aber diese Idee hält sich natürlich so gut in den Köpfen fest, weil man einfach eine total komfortable Ausrede hat, sich nicht damit beschäftigen zu müssen, weil es auch keiner von dir erwartet. Wenn alle glauben, dass du dich in Deutsch nicht verbessern kannst, dann ist es auch nicht schlimm, wenn du nie gute Noten schreibst, weil du hättest ja eh nichts dafür machen können. Manche können halt Deutsch und manche nicht. Und die, die es können, die haben halt Glück. Und deswegen bleibt es so oft in dieser Vorstellung, aber es ist vollkommener Schwachsinn. Ich schwöre es euch, wie gesagt, ich hatte 6, 7 oder 10 Punkte, da hatte ich im Abi 15. Ich weiß, dass man sich verbessern kann. Wenn man Gas gibt, wird es passieren. Aber es ist das allerwichtigste, dass du mal das aus deinem Kopf rauskriegst, weil sonst kommst du niemals in die Umsetzung, weil du eh denkst, das funktioniert doch eh nicht. Und deswegen, glaub dran, du musst wirklich felsenfest davon überzeugt sein, dass du es schaffen kannst. Und dann kannst du auch die Tipps, die ich dir jetzt gebe, überhaupt auch richtig anwenden. Der entscheidende Schritt, an dem du kurz vorm Abitur ankommen musst, ist, dass deine Lehrerin oder dein Lehrer glaubt, dass du 15 Punkte verdient hast. Wie habe ich das beispielsweise geschafft? Ich habe 3 oder 4 Übungsaufsätze in der Abiturvorbereitung geschrieben, habe die immer wieder meiner Lehrerin gegeben, habe mir ihr Feedback geholt, habe wieder einen neuen Aufsatz geschrieben, habe wieder ihr Feedback geholt, habe immer mich verbessert auf der Basis von der Kritik, die sie hatte und bin so immer besser geworden. Und dann beim 4. Übungsaufsatz habe ich ihn wieder abgegeben, habe sie gefragt, was kann ich noch besser machen? Und sie konnte mir keine Antwort geben. Und ich habe gesagt, nein, 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 nein. Ich möchte 15 Punkte im Deutschabitur. Was kann ich noch besser machen? Und sie hat gesagt, nein, Leo, wirklich, das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich wüsste nichts, was du besser machen kannst. Und wenn du das bekommst, ist es im Kopf von deiner Lehrerin einfach schon verankert, dass du wirklich ein 15-Punkte-Kandidat bist. Und wenn du das geschafft hast, dann wird sie, wenn du dein Abitur dann geschrieben hast und sie es dann daheim korrigiert, dein Blatt nehmen und sie liest deinen Namen und wird bei dir ganz anders angehen als bei allen anderen. Bei allen anderen ist es okay, der hatte bisher so ein mittlerer Deutschschüler. Mal schauen, ob er jetzt eher so 10 oder eher so 6 Punkte hat. Wenn sie aber dann zu deinem Blatt kommt, wo dein Name draufsteckt, ich sage, oh, er, er wollte mal 15 Punkte bekommen und ich konnte ihm teilweise nicht mal mehr sagen, was er besser machen konnte. Das muss nicht bedeuten, dass du in den ersten, in den zwei Jahren in der Oberstufe die ganze Zeit 15 Punkte hattest. Es muss nur bedeuten, dass sie unmittelbar vorm Abitur das Gefühl hatte, dass du wirklich die 15 Punkte willst und dass sie dir eigentlich nichts Besseres mehr hätte auf den Weg geben können. Und dann willst du auch mit dieser Erwartungshaltung deine Prüfung anschauen und dann kriegst du vielleicht im Worst Case mal 12. Natürlich muss es ein guter Aufsatz sein, aber das ist ein, sorry Leute, ich habe es schon so oft erwähnt, du musst lernen, du musst das Fach drauf haben, alles andere bringt dir nichts, besonders kriegst du niemals 15 Punkte. Aber wenn es ein wirklich guter Aufsatz ist, dann bringt es dir einfach unfassbar viel oder ist es die Voraussetzung dafür, 15 Punkte zu bekommen, dass die Lehrerin das auch genauso sieht, weil sie dann mit der Erwartung an deinen Aufsatz rangehen wird und dieses Maßstab da auch festlegen wird. Wie schafft man jetzt das Ganze auch wirklich im Kopf der Lehrerin zu etablieren, wenn man jetzt beispielsweise nur noch zwei Tage Zeit hat? Das könnt ihr auf viele verschiedene Arten machen. Entweder ihr habt einfach schon einen sehr guten Zweig zu ihrer Lehrerin, dann fragt sie einfach, wenn ihr nochmal Unterricht habt und nochmal eine Übung schon habt, was kann ich noch besser machen? Ich habe jetzt wirklich schon sehr gute Aufsätze geschrieben. Dann schafft ihr es vielleicht so, es reicht ja auch, wenn sie beispielsweise sagt, hey, du machst es echt schon super, schau einfach nur, dass deine Rechtschreibung noch besser wird und wenn du das dann beispielsweise im Abitur umsetzt, dann hast du genau den gleichen Effekt. Aber auch, wenn du bist ja nur ein mittelmäßiger Schüler warst, dann bombardier sie einfach mit Mails oder auch wenn ihr Unterrichtsrunden noch habt, geh zu ihr hin, sag, was kann ich noch machen? Ich werde in den zwei Tagen alles machen. Und ich habe, das musst du auch sagen, ich habe das Gefühl, dass ich in der Vorbereitung schon richtig, richtig gut geworden bin. Weil wenn sie nur das Gefühl hat, du bist so mittelmäßig und du dann sagst, ich will aber 15 Punkte, klingt das voll unrealistisch. Wenn du aber sagst, ich habe für mich selber schon gemerkt, dass ich mich massiv verbessert habe und sie dich vorher als mittelmäßigen Schüler gesehen hat und du aber, du musst es mit voller Überzeugung sagen, du mit voller Überzeugung sagst, hey, ich habe mich massiv verbessert, dann denkst du, ja okay, 12, 13, 14 Punkte so. Und wenn du dann sagst, ich will aber 15 Punkte schaffen, was muss ich noch machen? Dann würdest du vielleicht sagen, ja okay, mach doch das und das noch. Und wenn du das im Abi umsetzt, hast du wieder den gleichen Effekt. Wie gesagt, wenn ihr keine Übungsstunden mehr habt, bombardiert sie einfach mit Mails, sagt, ihr habt das und das schon alles voll drauf. Ihr braucht nur nochmal die Hacks, um wirklich auf die absolut höchsten Punktzahlen zu kommen. Es geht einfach nur darum, dass die Lehrerin wirklich voll im Kopf hat, dass dein Name ein Kandidat für die 15 Punkte sind. Und dann habt ihr wirklich so dieses Fundament geschaffen dafür, dass ihr das dann schlussendlich auch erreichen könnt. Wenn es dann um die Abiturprüfung selber geht, ist es einfach wichtig, dass ihr im Vorhinein schon wisst, worauf achtet eure Lehrerin, was wird grundsätzlich im Abitur erwartet. Das könnt ihr zum einen erfahren, indem ihr eure Lehrerin davor schon fragt. Das ist ganz, ganz entscheidend, dass ihr das macht. Und zweitens könnt ihr euch natürlich auch im Abiturspiegel oder keine Ahnung, was es da für Dokumente online gibt, könnt euch da ein bisschen belesen, was wird da überhaupt erwartet. Und dann müsst ihr natürlich auch diese Leistung bringen. Den Trick, den ich euch vorher erklärt habe, der wirkt wirklich Wunder, weil in Deutsch sehr viel subjektiv ist. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Und wenn die Lehrerin der Meinung ist, dass du ein guter Schüler bist, wirst du automatisch zwei, drei Punkte besser bekommen. Deswegen ist es ganz entscheidend, dass du es machst. Aber du kannst dich mit einem Aufsatz, der weder den Richtlinien noch den Vorlieben deines Lehrers entspricht, erwarten, dass du eine hohe Punktzeige, schweige denn 15 Punkte bekommst. Und deswegen kombiniere diese beiden Sachen, die Richtlinien, die erwartet werden, mit den Vorlieben deines Lehrers. Wenn sie dann oder er dann auch noch denkt, dass du ein richtig guter Schüler bist oder das, was du da vorgemacht hast, hast du einfach so eine perfekte Dreierkombi, die dann einfach die Chancen auf 15 Punkte massiv erhöht. In der Prüfung selber ist es dann einfach wichtig, dass du dich nur auf die Themen, die du da zur Auswahl hast, fokussierst, die du im Vorhinein schon geübt hast, dass du dich vielleicht zwischen zwei entscheidest, dass du dir dann sagst, okay, ich gehe in die Prüfung und schaue mal, welches von den beiden ich besser verstehe, was mich vom Thema her mehr anspricht. Du dann sofort, schon ein bisschen einlesen in beide Sachen, aber dann auch sehr schnell dich schon für eine Sache entscheidest, das dann einfach ganz konzentriert machst. Achte auf die Rechtschreibung, achte auf die Formulierung, mach Überleitungen, all die Sachen, die du davor gelernt hast. Mach das einfach konzentriert durch. Deutsch hat in meinen Augen wesentlich weniger mit Kunst zu tun, als vielmehr einfach strukturierten, ordentlichen, systematischen Arbeiten, fast schon wie wenn du Matheaufgaben löst. Mach das einfach konzentriert, ruf deine Leistung ab, damit die Lehrerin auch das Bild dann in der Arbeit selber bekommt, was du ihr unmittelbar vor der Prüfung gegeben hast, damit das zusammenpasst und sie berechtigt ist, dir auch die entsprechenden 15 Punkte zu geben. Wie immer noch ein geiler Bonus-Hack zum Ende, lese dir Aufsätze von sehr guten Deutschschülern vor. Lies sie dir durch. Denn die findest du einfach im Internet oder vielleicht hast du auch größere Geschwister, die vielleicht schon solche Arbeiten haben, die kriegst du wahrscheinlich nicht, weil sie in der Schule sind, das ist Bullshit, was ich labere. Aber auf jeden Fall findest du im Internet solche Sachen und dann lies dir die einfach durch oder lies dir die Musterlösungen durch, die dir deine Lehrerin gibt. Das ist noch geiler, weil sie natürlich die Sachen raus sucht, die sie wirklich geil findet. Und wenn du dir die Sachen einfach automatisch durchliest, du sollst es nicht auswählen, ich lerne dir irgendwas Besonderes merken oder auf irgendwas Spezielles achten, sondern einfach nur lesen, einfach nur lesen, weil du automatisch in diesen Sprachstil von diesen Top-Deutschschülern reinkommst und du so unterbewusst einfach diese Formulierungsweisen übernimmst. Und das ist einfach nochmal so ein Hack, der mit eigentlich extrem wenig Aufwand vollkommen automatisch deine Note wahrscheinlich nochmal um ein, zwei, drei Noten pusht, einfach weil du automatisch im Stil dieser Schüler schreibst. Das waren meine Top-Tipps für euer Deutschabitur 2018. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, ich glaube daran, dass ihr die 15 Punkte schaffen könnt. Ich wünsche euch das Ganze von ganzem Herzen. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Ja, you know, hard times and, you know, action. Pipe it up for them niggas at you. We do not know you. We do not know you do not know you. Thanks, guys. You do not know you.